Willkommen zurück Leute zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir den Sohn von Sartol durchquert. Ein wirklich sehr sehr schönes Gebiet. Und nun sind wir im Inneren des Bionis, aber da bleiben wir auch nicht lange, denn da vorne ist schon das nächste Gebiet. Obere Lufthöre. Obere Lufthöre. Obere Lufthöre. Blüte Lufthöre. Obere Lufthöre ist, was Laufthöre ist. Wie? Frau Venäa, Master Ego wünscht Sie sich sehen. Entstanden. Erzähl ihm, dass ich ihn sehen werde, wenn er sein Gesicht ist. Acknowledigt. Ich habe meine Däute erfüllt. Du, und nur du, kannst du eine neue Zeit bringen. Nein. Die ganze Welt. Meine Frau. Frau Meneth. Interessant, ja? Es werden also Menschen in Mechon Körpern gebracht. In den Gesicht Mechons. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie spät ich noch spiele. Wirklich interessant, ja? Falls es ein Mensch war, ich weiß es ja. Eigentlich weiß ich es ja, aber ich sag euch nicht, was es ist. Denn ich möchte ja schließlich nicht spoilern. Es kann ein Mensch sein, es kann auch kein Robot das sein. Möchse Gäste Möchse Gäste Untertitelung des ZDF, 2020 Eidon, Hochward, Daren, Daniel, bestow the light of your life unto me. Who turned up the heat? I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a brog's armpit. We'll have to search for the best route. Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Ryan's stench. Shola? Hmm. We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Bernardo. Father! Weak, weak and magnetic. What? Or who are you? You will pay for what you've done. You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora. A silver-faced Mechon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean. We could use them to our advantage. Look over there. A rope bridge. It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies. The Nopon are originally native to Magna Forest. Do you think they'd know the way to the pain on his head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bed is to look for their village. Und das werden wir auch tun. Wald von Magna. Schön atmosphärisch, ja. Wir haben endlich alle acht Seetankpilze gesammelt. Und Kofuku wird zufrieden sein. Ja, und das sind auch die Gegner dementsprechend größer. Hoho. Im Wald von Magna. Agni-Denkmal. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Und wieder ein Händler. Mal schauen, was du hast. Über Katana. Die ist sogar noch schlechter. Gefahrenramme. Prise Schuss habe ich schon, ja. Zweimal. Sweep und Eisenschmuck. Magna, Sweep. Magna, Sweep. Und. Keine Technikbücher? Wow. Eisen brauche ich nicht kaufen. Oh, Magna sieht geil aus. Aber ich halte nur Geld für zwei. Ja, Magna sieht schon relativ cool aus. So, was wird dann denn? 6.720. Och, komm. Wenn es noch nicht so teuer wäre. Also Magna und Magna. Siebenmal Magna. Magna. Oder lieber achtmal. I don't know. Ach komm, machen wir achtmal. Und das wird dann halt dementsprechend teuer. Besiege fünf Dschungel-Eulen. 15.000 Gold. Oh, das kommt. Wie gerufen. Nächste Version, bitte. Besiege zwei Magna-Lycosen. 9.600 Gold. Besiege zwei Magna-Grovo-Dras. Besiege drei Magna-Mare im Magna-Wald. Und das kommt alles wie gerufen. Sonst nichts? Okay. Und dann gehen wir mal durch diese dünne Brücke. Und ja, man kann da unten auch lang. Und ja, man kann hier drüber springen. So, töten wir gleich mal die ersten Magna-Lycose, oder? Schadensimmunität. Weitere Zudeln. Schadens. Wir sind schon. Bleib mal stehen. Eins von zwei. Let's stay alert! Level 96a, Bakrus Nebula. Magna Lycos, wo bist du? Da. Du bist auch gleich down. Nein, den nicht. Du bist auch nicht. Jawohl, 9600 auf mein Konto. Dann beziehen wir mal die nächsten. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel leveln, weil... Magna Kodrova. Magna Kodrova. Nein, nicht runterwerfen, bitte. Immun gegen Schwanken, okay. Und down. Ja. Und tschüss. Ich wollte eigentlich nicht zu viel leveln, jetzt. Aber die Gegner lassen wir keine andere Wahl. Sorry. Und da brauche ich dann auch noch die Kodrova-Flü. Magna Top. Wer bekommt das jetzt? Schala. Magna Top für Schala. Ja. O-M-G. Einfach nicht beachten. Physische Abwehrmaximale KB Stärke. Fällt mir nicht sein. Magnadieraupe. Erkunden wir noch vorher ein Geheimgebiet. Und zwar verbirgt sich das hier dahinter. Level 30 am Magna Lycus. Was? Komm, jetzt bin ich falsch gegangen. Ich muss hier auf diesem Baum stammen. Zungeneulen, da sind die auch schon. Sind da 5? Ich sehe nur 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 11. Tra 빠pp. 11. 14. 12. 14. 14. 12. 14. 15. 15. In 15. jul. 16. 18. 40. Einfach nur weiter drauf hauen die Herz, klar. Luftige Heilung. Aha. Sie bekommt jetzt 200 Leben pro... alle 3 Sekunden, glaube ich. Oder alle 2 Sekunden, weiß ich nicht genau. 3 von 5. Ok, es sind hier zufälligerweise noch 2. Also 1 sehe ich. Nein. Dann gehen wir mal hier rein. Level 32 Tenepfleder. No match for me. Aber die geben schon viel Erfahrung, ja. Dann geht's hier hinten noch weiter. Ach komm ich schlechter jetzt durch. Ich hab keine Lust noch weiter zu leveln. Das kann halt noch etwas dauern. Du, 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 du. Vision. Vier Meteor grillen. Was Pikipi wohl damit vorhat? Einfach schleichen. Jetzt können wir laufen. Saft Droge. Und gleich ist es soweit. Heiligtum. Das ist einfach nur atemberaubend. Oder Leute? Einfach nur atmosphäre pur. Ach komm. Danke. Rückzug. Wir sind zu schwach. Scherz. Scherz. Plasma-Hop da. Bald sind wir am Ziel angelangt. Das trifft sich ganz gut, dass da noch so einer ist. Das trifft sich ganz gut, dass da noch so einer ist. Zu spät. Ich hab's dir das zaut. Yeah. Was? Ach komm. Das trifft sich sehr. Du bist da. einfach weiter going und die gegner nicht beachten crisis nebula oh hallo hätte ich fast übersehen so den tötig ich vergesse immer dass ich sturmtrieb noch habe du bist gleich da ja weil dahinter eine hartskrote ist und ich brauche hart für missionen die ich hier machen will das kann dann halt eine zeit lang dauern naja gehen wir einfach weiter zum zielort cutscene gehen over there hey da ja 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 Aktive Gruppe, nur Schurk allein. Suche die Wasser-Ether-Kristalle. Handlungsmission und Leute, es wird Zeit, wieder ein paar zu beenden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.